Mein Name ist Carlos Quintas. Ich bin von den zwei Gärten von LTOYS, der größte Schuhe Lego-Eier aus dem Land, eine Eiers-Eis-Boutique. Ich bin als E-Commerce engagiert, für Eiers-Neubaußen zu weisen. Und mir fanden wichtig, dass die Leute von der Eiers-Kenneleiterin auch die Möglichkeit als Portofolio zu sehen. Durch den Online-Commerce und auch die Möglichkeit zu exportieren. Das ist nicht so einfach für den Litsbüscher Kommerz, sondern Belsen zu verkaufen. Aber mit dem E-Commerce kann man am Ausland verkaufen. Also als Portofolio ist ein Artikel von LTOYS an der Vitrinsstellung mit einer PI benutzt, die ziemlich einfach war und erklärt. Und bei froher Nummer Unterstützung kriegt von LTOYS. Und dadurch ziemlich einfach gerne über eine automatisierte Applikation. Zusammen habe ich mit Let's Shop was ganz agriabel, ganz einfach. Ich schicke eine E-Mail oder mir schreitze die Leute unter. Wir kriegen ziemlich schnell einen Entfall oder eine Hilfe für die Problematik. Ja, mir empfehlen Let's Shop anderen Commercer aus dem Land. Weil es ziemlich einfacher ist direkt online zu gewinnen. Ihr habt heute noch nicht online aus. Drei mal. Ja. Drei mal. Drei mal.